So, also fangen wir mal an, es geht zum Galater 3, Vers 3. Und da heißt es, seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Und der Überbegriff für, oder der Gedanke, das Thema für heute Abend zu diesen Fragen ist ganz einfach, Leben im Geist, beziehungsweise auch der Wille Gottes. Also diese zwei Punkte, um die geht es heute, und zwar das Leben im Geist. Und was wir hier gelesen haben ist, Paulus schreibt hier an die Galater und hat sagt, ja, wie sieht es aus, ihr habt im Geist angefangen und wollt jetzt im Fleisch weitermachen, wollt wieder zurückfallen in die Gesetzlichkeit und so weiter. Und deshalb ist das Thema, wie gesagt, Leben im Geist, weil wir können nicht anfangen im Geist, wenn wir wiedergeboren worden sind, sind in das Reich Gottes hineingekommen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt fangen wir an, aber wir sind dann und wandeln im Fleisch. Das sollte nicht sein für jemanden, der in dem Herrn ist. Natürlich ist es nicht so zu verstehen, dass wir die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, absolut über dem Boden schweben, weil wir so geisterfüllt sind, so fromm sind und weil wir immer im Geist leben können in jeder Sekunde. Das wissen wir, glaube ich, alle, auch insbesondere die von uns, die schon mehrere Jahre bei dem Herrn sind und mit dem Herrn gehen, dass sie auch mal schwache Momente haben. Und davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede immer davon heute, wenn wir vom Geist wandeln reden, dass das unser Ziel ist, dass das unsere Hauptmotivation ist und dass wir ab und zu mal schwache Momente haben, ist völlig klar, ist verständlich. Das weiß auch der Herr, denn der Herr verlangt keine perfekte Person, dass wir errettet werden. Und er verlangt auch keine perfekte Gemeinde, denn das wird es nirgendwo geben und wir haben hier auch keine perfekte Gemeinde. Und das heißt, wenn jemand denkt, er ist perfekt, dann wäre er hier schon in der falschen Gemeinde, weil alle anderen von uns, wir sind nicht perfekt. Keiner. Außer der Herr Jesus natürlich, ja. Aber ich rede von uns Menschen hier auf dieser Erde. Okay, ich lese mal kurz die Frage vor. Wir gucken es uns mal in Ruhe an. Und ich weiß natürlich auch, dass ich hatte Zeit darüber nachzudenken und ihr kriegt sie jetzt direkt hingeknallt und müsst euch etwas überlegen. Verstehen wir alles. Und zwar, ich lese es einfach mal so vor, wie sie mir auch geschickt wurde. Und ihr wisst, das ging alles noch von diesem Apostolischen Lifestyle Seminar. Das sind so die Fragen. Und da ist eine dieser Fragen ist, habt ihr oder hast du Tipps, wie ich mehr im Alltag und im Gebet mich vom Geist leiten lassen kann? Ich lese nachher die Frage nochmals vor, weil die geht noch weiter. Beziehungsweise, woran ich prüfen kann, ja, das kommt vom Geist Gottes und ist nicht ein Wunsch von mir. Und dadurch dann auch merke, wofür ich nicht mehr beten soll, da es nicht Gottes Wille ist. So, ihr seht, hier ist also das Thema auch Wille Gottes mit drin, aber es ist auch das Thema, sich im Alltag und im Gebet vom Geist Gottes leiten zu lassen, also im Geist zu leben. Ich lese es vielleicht nochmals vor, dass es nochmals sitzt, weil ich habe es vor mir eher nicht, deswegen. Habt ihr oder hast du Tipps, wie ich mehr im Alltag und im Gebet mich vom Geist leiten lassen kann? Und deswegen hatte ich gesagt, es wäre gut, wenn es diejenigen unter uns sind, die auch schon ein paar Jahre dabei sind, weil ihr habt ja für euch auch Erfahrungen, wie ihr das in eurem Leben macht. Davon gehe ich mal stark aus. Sonst, wenn ihr das nicht machen würdet, wärt ihr nicht mehr hier. Ganz einfach. Also habt ihr auch, vielleicht auch praktische Tipps. Und zwar, was meine ich damit? Es ist einfach zu sagen, bete, der Herr wird dich führen. Ja, das macht er, aber kann man das vielleicht weiter erklären, kann man das weiter beschreiben. Wie machst du das persönlich zum Beispiel, wenn du sagst, ja, bete und der Herr wird dich führen. Okay, dann betest du und wie führt dich der Herr? Woran merkst du zum Beispiel, dass der Herr dich führt, dass der Herr dich leitet? Dass es von ihm ist und dass es nicht irgendetwas ist, das du dir ausdenkst. Weil hier ist ja die nächste Frage, die sich da anschließt, ist, woran kann ich prüfen oder woran ich prüfen kann, dass das Ja, das kommt vom Geist Gottes und es ist nicht ein Wunsch von mir selbst. Und dann dadurch, dass ich merken kann, ist es der Wille Gottes oder ist es halt nicht der Wille Gottes, diese Person und ja, ob sie dann dafür weiterbeten sollte oder nicht. Haben wir schon ein Mikrofon? Hast du schon bereit? Okay, wer möchte mal, wir nehmen nachher auch Schriftverse, keine Sorge, wenn du jetzt gleich nicht sofort Schriftverse parat hast, mach dir keine Sorge, kein Druck. Wir kommen noch auf Schriftverse, mit Sicherheit. Preis den Herrn, wer möchte mal von denjenigen, die sich trauen, auch mit auf der Aufnahme drauf zu sein natürlich, wer möchte. Weil sonst haben wir so ein Problem, das alles rauszuschneiden, müssen überall suchen, wo er was gesagt hat, das ist zu aufwendig. Bruder Ratsch. Also ich denke, wenn man so über Beten kann, wie das Wissen, wie kann ich beten? Und so, wenn immer Gedanken, wenn wir auch unterwegs oder egal wo, wenn wir immer denken über die Bibel, über den Herrn, dann können wir in das Gebet reingehen und dann beten. Und das Zweite, kannst du nochmal lesen, der zweite Schnitt? Ja, kann ich nochmal lesen. Hast du eigentlich das Erste überhaupt beantwortet? Ja, ich meine, wenn auch den Gedanken so auch den Herrn haben. Okay. Und dann können wir das auch in das Gebet reingehen. Okay, die Zweite, was ich anschaue, ist, woran kann ich erkennen oder prüfen, dass es der Wille Gottes ist, nicht ein eigener Wunsch ist? Das du mit anderen sagst, lieber. Also, wenn ich schon hier gerade sitze beim Mikrofon, ich denke, eine Sache, die ich öfters erlebt habe, ist, dass wenn ich mich gedrückt fühle im Gebet oder von der Gegenwart Gottes was zu tun, was aber meinem Fleisch gar nicht gefällt, was ich eigentlich gar nicht will, dann ist das oft schon mal ein Zeichen dafür, dass es vom Herrn kommt. Weil das Fleisch ist ja auch gegen den Geist, aber jetzt ging es ja darum, was ist, wenn ich auch was will. Aber ich spüre mich jetzt, will jetzt auch wissen, also ob das jetzt vom Herrn auch der Wille ist. Ich denke, da ist es von dem, was ich so erlebt habe, wichtig, sich wirklich zu befreien von dem Zwang oder das schon zu entscheiden im Voraus. Ja, das werde ich jetzt machen, weil das will ich ja. Und das wirklich offen lassen und dann immer wieder wie auf dem Altar legen und immer wieder zu dem Herrn bringen, bis er einem eine Antwort gibt, die halt klar ist. und man weiß dann, okay, das ist der Wille des Herrn. Aber was anderes weiß ich auch nicht, jetzt klar, spontan. Okay, machen wir erstmal weiter. Ja, Schwester Louis, dann kurz. Preis dem Herrn. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Herrn, wenn ich für irgendwas gebetet habe, da hat der Herr mir das so deutlich gezeigt. Ich hatte mal vor Längerem für irgendwas gebetet, was mir persönlich sehr, sehr wichtig war. und habe das auch immer wieder im Herrn gebracht und habe gesagt, Herr, gib mir doch ein Zeichen, ob es auch dein Wille ist. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe total das Interesse verloren gehabt für das, was ich eigentlich wollte. Und da habe ich gewusst, oh, das war nicht der Wille Gottes. Ich habe da auch nie mehr drüber nachgedacht, nicht mehr dafür gebetet. Ich wollte es auf einmal gar nicht mehr haben. Heißt den Herrn, ja. Heißt Gott. So hilft auch der Herr immer. Da haben wir in der hinteren Reihe noch jemanden, für den Schlagler. Okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, also ganz am Anfang, weil man das nicht so erkennt, für manche Neulingen vielleicht, es ist so, dass man soll auf jeden Fall den Herrn suchen, was auch immer es ist. Und die Antwort kann der Herr einem geben, entweder so im Geist oder durch sein Wort, wenn man liest und jeden Tag ihn sucht sozusagen für das. Oder ich habe es auch gehabt, dass ich nichts gehört habe. Ich wusste nicht so genau, was ich machen soll. Und dann bin ich zu meinem Pastor gegangen. Weil der Herr mir eine Hirte gegeben hat, der für meine Seele auch wichtig ist und auch Führung gibt. Und dann habe ich für Sicherheit gesucht damals und habe auch sofort eine Antwort bekommen, und da stimmt ein paar Störer war das. Und ich war sofort zufrieden, ich wusste sofort, das ist vom Herrn und war glücklich darüber und keine Zweifel mehr so darüber. Also erstens das Wort Gottes, wenn es übereinstimmt, dann ist es okay. Und wie gesagt, man hat noch seinen Pastor, wo man dann auch Bestätigung finden kann. Okay, wunderbar. Ich weiß, dass man wieder ist. Ja. Ja, das ist alles wichtig, was bis jetzt so gesagt worden ist. Aber manchmal mache ich auch so, vielleicht nebenbei, oder wenn es vielleicht wichtig ist, dass der Herr mir Seichen gibt. Persönliche Seichen. Ja, es könnte vielleicht was Komisches sein. Aber es spielt eine Rolle. Zum Beispiel wegen meiner Situation, wegen neuer Arbeit und so. Und ich wollte wissen, Herr, ist es wirklich für dich, diese Arbeitsstelle und so. Und Gott weiß bestimmte Sachen in meinem Leben, was mir Bedeutung hat. Zum Beispiel, ich habe vor langem her gesagt, der Herr hat mir gesagt, etwas mit dem Monat Mai. Und dann wieder, jetzt hat er mir Sachen jetzt gesagt, weil jetzt ist die Zeit wegen der Arbeitsstelle, er hat mir Sachen gesagt, das, was mit Mai so tun war. So persönliche Sachen. Und es waren andere Sachen. Wie gesagt, es war ein bisschen komisch von mir. Aber etwas mit Frosch, was er mir damals gesagt hat. Und ich habe heute einen Frosch gesehen auf unserem Balkon. Und ich habe gesagt, oh Herr. Weil ich habe gesagt, du hast mir drei andere Zeichen gegeben, auf den Frosch. Habe ich noch nicht gesehen. Und dann war ich auf dem Balkon. Und dann plötzlich, der Frosch hat mich, ich meine, er ist in meinen Augen. Das ist noch ein Zeichen. Ja, so wie der Gideon. Er hat gebetet, wegen dieser, wegen dieser, auf dem Gras. Und dann eines Tages sollte der Tau da sein, und ein anderer Tag sollte es nicht da sein, auf diese Schafwolle. Was ist wahr? Ja. Ja, Gideon hat es gemacht. Wir können natürlich den Herrn auch bitten, dass er uns klare Zeichen gibt, dass wir verstehen, dass es tatsächlich jetzt der Wille Gottes ist. Ja, und wenn es ungewöhnliche Zeichen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch schon viel, viel höher, dass es vom Herrn gewickt ist. Wenn es jetzt irgendetwas ist, was sehr alltäglich ist, dann kann der Teufel immer noch kommen und einen auch durcheinander machen und verwirren. Dann sagen, nee, das war ja Zufall, das findet ja ständig statt. Also, wenn ich jemanden sehe, mir im roten Oberteil, dann ist das ein Zeichen und so weiter. Das findest du sehr oft so. Das wäre, versteht ihr, was ich meine? Das wäre natürlich blödsinnig, so etwas zu tun. Nicht, dass der Herr das so machen müsste, aber weil der Herr uns gnädig ist und weil der Herr uns liebt, dann macht er das manchmal auch so, damit wir Sicherheit auch bekommen. Denn der Herr möchte ja, dass wir Sicherheit haben. Du willst auf der Aufnahme drauf sein? Okay, dann nicht. Auf der Aufnahme drauf oder nicht? Okay, dann nicht. Dann ein andermal. Schwester, Schwester erst mal, Schwester Marina dann. I just wanted to say that if we do not get a sign, wenn wir kein Zeichen bekommen, and we cannot find it specifically, is it according God's word that we pray for a certain thing, und wir es jetzt auch nicht ganz spezifisch im Wort Gottes finden, but we want to pray for it, das, wo wir beten, aber wir wollen dafür beten, we can take example from Jesus and his prayer. Dann können wir uns auch ein Beispiel an Jesus, sein Gebet nehmen. He prayed when he was in the Gethsemane garden before he died, was to die. Als er im Garten Gethsemane war, bevor er sterben würde. he was extremely afraid and he did not want to do that sacrifice. Da war er wirklich sehr auch von Furcht erfüllt und wollte eigentlich im Fleisch dieses Opfer gar nicht tun. That is his flesh didn't want it, but his spirit knew that that is his purpose. Sein Fleisch wollte es nicht tun, aber sein Geist wusste, das ist der Zweck von ihm. So he prayed, if it's possible, let this cup, this thing that I have to do, be taken away from me. Und dann hat er gebetet, ja, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. And because he didn't know what will happen, the body didn't know what will exactly happen. weil er wusste vielleicht nicht genau im Fleisch, was ihn da alles erwarten würde. Or should he pray this thing at all? Oder sollte er sowas beten, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen? To his prayer he added, but in the end not what I want that it happens, but what you want. So aus diesem Grund hat er zu dem Gebet am Ende hinzugefügt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. So I think God is always okay if we pray for what we would want. Also wenn wir beten für irgendwas, was wir wollen, dann ist Gott immer okay damit. But we should always consider if it is his will and say it, if it is your will, then let it happen. Aber wir sollten auch immer dabei berücksichtigen und in Betracht ziehen, ist das der Wille Gottes, ist das, was er will, das passieren soll. Okay. Alles klar? Super? Haben wir? Gut. Dann machen wir mal weiter erstmal so. Ja, da waren gute Antworten mit dabei und auch aus eurem Leben, wie ihr das macht und das finde ich gut. Das hilft auch mal, wie soll ich sagen, mit praktischen Hinweisen jemandem zu helfen, der vielleicht noch neu bei dem Glauben dabei ist oder neu hier in der Gemeinde ist und ich habe das extra so gemacht, weil solche Fragen können euch auch mal gestellt werden von anderen Geschwistern, die gerade neu zum Herrn gekommen sind und da brauchen die Erfahrungswerte von euch und Hilfe von euch und da war einiges Wunderbares mit dabei. Der Gedanke hier ist Leben im Geist. Ich lese mal noch eine Stelle vor in Römer 8, die Verse 1 bis 17 und werde dazu auch gleich immer was sagen. Römer 8, 1 bis 17 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was im Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen, sündhaften Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. So, wenn wir im Geist leben wollen nach dem Wille Gottes, dann ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir den Heiligen Geist überhaupt mal haben. Ganz klar, also Menschen, die nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, mit dem Nachweis der Zungensprache, die können immer noch nicht nach dem Geist leben. Sie können sich anstrengen und der Herr wird ihnen helfen, der Herr wird ihnen beiseite stehen. Es ist nicht so, dass sie komplett hilflos sind oder sowas, das meine ich nicht, aber das Leben im Geist setzt einfach voraus, dass der Heilige Geist vorhanden ist in dem Leben einer Person. Das muss erstmal das Erste sein. So, mit anderen Worten, wenn jemand kommen würde, eine Person und die sagt, wie kann ich denn im Geist leben und du weißt ganz genau, die Person ist noch nicht mal erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann müssen wir diese Person ermutigen dazu, sich auszustrecken auszustrecken nach dem Geist Gottes, um erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Weil dann kommt, wir sind schon im Prinzip bei Schritt zwei und Schritt eins ist noch gar nicht getan. Und das ist ganz wichtig, dass das vorhanden ist, eine, dass die Wiedergeburt halt abgeschlossen ist, aus Wasser und Geist, wie es die Schrift uns ja auch sagt. Und weil hier steht es auch ganz klar, dass durch den Geist ist das Gesetz überwunden, es ist die Sünde überwunden, es ist der Tod überwunden. Und es steht auch drin, was dem Fleisch gar nicht möglich war, das ist aber dann durch den Geist möglich. So, wir reden jetzt also von Dingen, die fleischlich so nicht möglich sind. Ich rede nicht davon, dass Menschen nicht unglaubliche Disziplin entwickeln können, das ist fleischlich möglich. Du kannst ein sehr asketisches oder auch diszipliniertes Leben führen, völlig im Fleisch, mit völlig fleischlichem Sinne, das ist schon möglich. Aber wir reden ja von dem wirklichen Leben, wir reden ja von dem Geist, dem Leben im Geist. Das kannst du nicht einfach nur durch menschliche Anstrengungen erreichen. Du brauchst die Kraft Gottes, die das tut, die dir da hilft. Ich lese mal weiter jetzt, Vers 4, 4 habe ich gar nicht fertig gelesen, sehe ich gerade. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also all das hier ist immer nach der Wiedergeburt. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Das heißt also, diejenigen Menschen, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben, die können noch nicht geistlich gesinnt sein. Weil geistlich gesinnt sein heißt, es ist der Sinn Christi, der Sinn des Heiligen Geistes, der mit unserem Sinn übereinstimmt verschmolzen ist durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. So deshalb, das ist wichtig, die Person muss erfüllt sein, sonst kann sie nicht geistlich gesinnt sein. Man kann vielleicht vieles vortäuschen, vorheucheln, aber irgendwann ist es sichtbar, dass eine Person es aus eigenen Anstrengungen gemacht hat oder einfach nur Regeln sich aufgestellt hat und befolgt hat, aber es ist keine geistliche Kraft dahinter. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis sich das zeigt, dass da kein geistlicher Sinn da ist und ein geistliches Leben da ist. Und dann geht es weiter. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist das Leben und Friede. So wir sehen also, dass wenn wir weiter fleischlich leben nach dem Sinn der Welt da draußen, dem Weltlichen, was die Welt für normal empfindet und so weiter, was aber konträr ist gegen den Wort Gottes, also entgegen das, was der Herr gesagt hat, wenn wir dann so leben, dann hat das eine Folge, eine Konsequenz. Und die Folge ist nicht nur der geistliche Tod, sondern schlussendlich auch der ewige Tod, also die ewige Bestrafung, die dann irgendwann kommen wird in dem Feuersee. So das führt zu dieser Bestrafung. Aber wir haben die Möglichkeit durch die Gnade Gottes, dass er uns befähigt, dass wir geistlich gesinnt sein können und geistlich leben können. Und dann haben wir auch das Leben, auch das ewige Leben und wir haben auch Friede. Und das ist das wunderbare, wie soll ich sagen, ein wunderbares Beiprodukt sozusagen, wenn man das so fast sagen darf, von dem Heiligen Geist, ist, dass du Friede hast, dass du Ruhe bekommst, dass du einen geordneten Sinn bekommst. Und wenn ich sage, dass du das bekommst, heißt das nicht unbedingt, dass alles schlagartig passiert. Manche Sachen sind noch ein Prozess, weil Konsequenzen der Sünde vielleicht noch in deinem Leben sind und so weiter, auch wenn sie vergeben worden sind. Und dann gibt es halt noch Denkstrukturen, die du kennengelernt hast, weil du in der Welt aufgewachsen bist. Dafür konntest du ja auch nicht. Und diese ganzen Denkstrukturen und die Sachen, die bauen sich dann allmählich ab. Und Ängste und Sorgen, die du früher gehabt hast, die kann dir der Heilige Geist nehmen. Oder der Herr nimmt sie dir und du hast dann Ruhe in deinem Leben. So, wie gesagt, ich rede jetzt erstmal gerade hier nur von den Voraussetzungen, um geistig zu leben. Vers 7, denn fleischig gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Und das sind die ständigen Kämpfe, die wir immer wieder haben werden. Und ich glaube auch jeder, der länger schon bei dem Herrn ist, der wird dir auch sagen können, dass ja, es sind diese Kämpfe immer mal wieder da. Und diejenigen, die noch neu dabei waren, haben vielleicht in verschiedenen Bereichen immer wieder häufiger Kämpfe. Und je länger sie aber mit dem Herrn gehen, desto mehr Siege haben sie errungen und desto weniger werden die Kämpfe in diesen Bereichen. Und irgendwann kann es mal sein, dass es in einem Bereich gar keine Kämpfe mehr für dich gibt. Das heißt aber nicht, dass du überhaupt nie wieder Kämpfe haben wirst. Da gibt es halt andere Dinge und andere Bereiche, wo du Kämpfe haben wirst. Aber am Anfang ist es oft, das sind so viele Dinge, die dann als auf einen zukommen. Man will ja, das klappt doch nicht und so weiter. Und man hat einige Kämpfe. Aber der Herr ist immer da. Der Herr hilft dir immer durch den Heiligen Geist. Du würdest es vielleicht, nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich gar nicht schaffen, ohne den Heiligen Geist. Aber der Herr wird da sein und hilft dir weiter und führt dich und leitet dich, dass du es durchstehen kannst. Und wie ich sagte, irgendwann lassen diese Kämpfe für diesen Bereich nach. Und dann kommt halt eventuell was anderes. Und auch da wird dann der Herr dich hindurch bringen. Und das Schöne ist, wenn du schon eine Sache gemeistert hast tatsächlich, dann stärkt dein Glauben unheimlich. Für die andere Sache, die dann kommt vielleicht, wo du mit zu kämpfen hast, dann wirst du dich vielleicht wundern, je länger du mit dem Herrn gehst, dass diese Bereiche schneller überwunden worden sind. Dass du schneller den Sieg bekommen hast. Weil du dann den Glauben und die Gewissheit auch hast, dich voll und ganz auf den Herrn zu verlassen. Weil das, was er dir vorher gegeben hat und dir geholfen hat, weißt du, er wird dir jetzt auch weiterhelfen, auch in dieser Situation. Das ist das Tolle, wenn wir im Geist leben. Es ist auch so, wir lernen auch erst mit der Zeit sensibel zu werden gegenüber dem Geist Gottes. Weil wir haben so, wir haben gerade vorhin gehört, es hat jemand gesagt, ja, wenn der Geist Gottes mich treibt, etwas zu tun und so weiter. Das ist schon, wie soll ich sagen, das ist schon fast wieder fortschrittlich, weil dann die Person schon gelernt hat, zu erkennen, dass es der Geist Gottes ist. Jemand in der Anfangszeit muss erst mal verstehen, ist das überhaupt der Geist Gottes, der mich da treibt? Oder sind es meine eigenen Verlangen, sind es meine eigenen Ambitionen? Und so, ich werde wahrscheinlich ein bisschen springen, wie ihr seht, aber egal. Und so ist es auch, dass wir immer prüfen sollten, was auch vorhin genannt worden ist. Erst einmal, das, was wir da wollen, das Verlangen, das da aufkommt in uns, ist das auch in Ordnung mit dem Wort Gottes? Und das bedeutet wiederum, dass wir Zeit verbringen müssen im Wort Gottes. Denn die Bibel hier, die wir hier sehen, das ist der Wille Gottes in niedergeschriebener Form. Und da sind mehr Antworten drin, als sich manch einer vorstellt. Wenn man nur mit offenem Herzen und den Fokus auf den Herrn gerichtet ins Wort Gottes hineingeht, dann findet man auch die Antworten. Und der Herr führt und leitet einen. Aber es muss bei jedem ein Hunger da sein für das Wort Gottes. Weil es ist nicht so, dass der Herr einfach nur hier so, komm mal kurz her, hier gibt es eine Spritze, der gesamte Wille Gottes, hier hast du ihn, jetzt weißt du es. Fertig, du musst nichts tun. Und es ist leider so, viele Menschen heutzutage sind so bequem geworden. Sie denken, ich lasse mich mal kurz taufen in Jesus' Namen und dann passt das schon. Der Rest wird in Ordnung sein. Und dann siehst du sie nicht mehr und so weiter. Und sie leben, wie sie wollen und so. Und denken, es war alles in Ordnung, weil ich habe mich ja getauft. Ich habe doch jetzt den Herrn Jesus angenommen. Ich habe ihn doch bekannt und es ist doch alles jetzt wieder in Butter. Und sie verbringen selbst auch gar keine Zeit im Wort Gottes und wissen dadurch auch nicht, was der Wille Gottes ist. So, der Wille Gottes ist niedergeschrieben, aber es wird von einem verlangt, dass wir uns ihn aneignen, indem wir darin lesen. Und es ist erschreckend, weltweit zu sehen, in unseren Gemeinden. Ich rede noch nicht einmal von irgendwelchen anderen Glaubensrichtungen. Ich rede nur von unserem Glauben weltweit gesehen, dem Glauben nach dem Wort Gottes hier. da gibt es so viele Menschen in den Gemeinden, die ihre Bibel nicht lesen. Die schlichtweg ihre Bibel nicht lesen. Sondern nur mit aufschlagen oder gar nicht erst aufschlagen, sondern auf den Screen schauen und einfach mal mitlesen am Sonntag und vielleicht sind sie etwas motivierter, kommen am Dienstag, in unserem Fall jetzt, oder mittwochs, in anderen Gemeinden ist es oft mittwochs und sind dann mal da bei der Bibelstunde und lesen dann mal mit. Aber dann ist auch gut. Dann ist das Pensum für die Woche komplett ausreichend. Und sie wundern sich, warum sie den Wille Gottes nicht erkennen in ihrem Leben. Warum sie nach dem Wille Gottes ständig suchen. Aber es muss ein Verlangen in uns sein, hier in dem Wort Gottes nachzulesen. Und weil es so viele gibt, die sich mit dem Wort Gottes gar nicht auskennen, auch nicht privat wirklich in dem Wort Gottes lesen, obwohl es immer mal wieder gesagt wird in der Predigt, in der Lehre, dann haben wir das Problem, dass solche Menschen sehr schnell verwirrt werden können. Dass sie sehr schnell empfänglich sind, auch für falsche Lehren, für irgendwelche Traditionen, für irgendwelchen Aberglauben. Und ich mache mal ein Beispiel. Ich versuche es ein bisschen abzuändern, dass es nicht ganz so deutlich ist, von wem es vielleicht kommt. Aber es gibt Menschen, die aus verschiedenen Regionen dieser Welt sind. Ob es jetzt aus dem afrikanischen Kontinent, asiatischen Bereich ist, oder ob sie aus lateinamerikanischen, aus den westlichen Kulturen kommen, aus verschiedenen Kulturen gibt es Glauben und gibt es auch zum Teil Aberglauben. Und vielleicht in der westlichen Zivilisation, wie es immer so schön heißt, ist vielleicht der Aberglauben nicht so stark verbreitet, er wird immer mehr unterdrückt und generell Glauben an Gott und Göttliches und so weiter wird mehr und mehr unterdrückt und abgetan als Blödsinn und so weiter. Aber es gibt andere Kulturen, die haben ihre Meinungen, die sind damit aufgewachsen und sie haben dann gewisse Vorstellungen, zum Beispiel Vorstellungen, dass wenn Menschen böse Geister in sich haben, dann sind die an einem bestimmten Bereich in deinem Körper. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo sie es glauben, aber es ist in einem ganz bestimmten Bereich in dem Körper und das bedeutet dann, dass wenn dann für die gebetet wird und so weiter, dass ihnen dann extrem schlecht werden muss und sie werden sich dann übergeben oder sie werden andere Geräusche machen, rürpsen, aufstoßen und übergeben und so weiter zu verschiedenen Dinge. Solche Vorstellungen gibt es und die gibt es vielleicht nicht umsonst, sondern weil tatsächlich sowas ähnliches mal passiert ist und man hat früher darüber geredet und es hat sich weiter verbreitet und es passiert weiter. Aber wenn wir in die Schrift schauen, dann finden wir das nicht und wir finden auch nicht diese Lehre. ich will nicht weiter auf diese Lehre eingehen, aber wir finden diese Lehre nicht. Wir finden zwar, dass die Jünger beispielsweise den besessenen Knaben und so weiter, der Vater hat ihn mitgebracht und sie konnten ihn nicht austreiben und der Herr hat angefangen und der schmeißt sich auf den Boden und macht seine Show und dies und jenes und sowas ist in der Bibel beschrieben, ja, und sowas passiert auch, als man, aber es muss nicht immer der Fall sein. Es muss nicht immer eine solch krasse Demonstration sein und ich denke auch, das ist jetzt, das sage ich jetzt von mir, das ist meine Meinung zu diesem Thema, ist, dass der Teufel ist nicht dumm. Der Teufel weiß, was in den einzelnen Regionen geglaubt wird, was verbreitet worden ist und in manchen Situationen stellt er das einfach nach und damit die Leute in diesem Glauben oder Aberglauben auch gefangen bleiben. Ich mache mal ein Beispiel aus unserem Breitengraben, aus der westlichen Kultur. Die westliche Kultur, die, hoffentlich nicht wir, aber die kennen Filme wie Der Exorzist. Ich weiß nicht, wie viele Teile es gibt, aber es gibt, glaube ich, nicht nur einen davon und irgendwelche Remakes und was weiß ich, keine Ahnung. und da werden bestimmte Sachen beschrieben, wie sich ein böser Geist verhält, was er da macht, wie er redet, wie er die Stimme verändert und wie jemand die Wände hoch geht, seinen kompletten Kopf dreht und lauter so komische Sachen dann auch beschrieben. Und ich sage nicht, dass das niemals passiert ist, aber weil das jetzt bekannt ist und das ist als in den Köpfen von den Menschen benutzt es der Teufel und ich gehe weiter, denn ich hatte ja mal erzählt, dass ich mal reingesappt habe in ein Interview von einem Priester, der sich mit Exorzismus beschäftigt, einem katholischen Priester. Und dieser Priester beschreibt dann auch, ja, er selbst hat das auch erlebt, dass eine Person dann auf einmal die Wände hochgelaufen ist. Und damit möchte ich sagen, du siehst also, was der Teufel benutzt. Er benutzt Dinge, die Leute aus ihren Regionen kennen und was sie schon mal gesehen haben oder ihnen gezeigt wurde und sonst sowas, um Menschen zu verführen. Warum sage ich zu verführen? Weil sie jetzt dann doch glauben, dass der Priester, dieser Exorzist, dass er in der Lage ist mit seinen Ritualen, mit seinem Kreuz, mit seinem geheiligten Wasser und Käse und so weiter, dass er dann in der Lage ist, einen solchen Dämon auszutreiben und der Teufel spielt mit diesem Aber-Glauben und wenn ich persönlich jetzt so ein böser Geist wäre und ich hätte da jemanden, der nicht vom Herrn gerufen ist, der nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und ich will aber diese Person weiter kontrollieren und ich will weiter diese Familie tyrannisieren, dann würde ich erstmal in diesem Spiel mitmachen. Dann würde ich schnell mal hochkrabbeln die Wände oder die Person hochkrabbeln lassen, weil sie können ja auch gewisse Wunder wirken und dann würde ich diese Prozedur, die ich ja dann als böser Geist ja kenne, würde ich über mich ergehen lassen und so weiter und dann würde ich mich ruhig verhalten oder würde das so machen, dass das Mädchen sich dann übergibt und jetzt denkt er, jetzt ist der böse Geist ausgefahren und dann war es das. Aber in Wirklichkeit weiß ich ganz genau, ich habe sie alle getäuscht und diese Familie, dieses Mädchen ist nicht wiedergeboren aus Wasser und Geist und diese Familie wird trotzdem verloren sein, wenn der Herr nicht eingreift natürlich. Und das meine ich damit, wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann kommen wir zu falschen Schlussfolgerungen und glauben irgendwelche verrückten Geschichten. Ein weiteres Beispiel, und dann höre ich auf damit, ein weiteres Beispiel ist, dass ich habe mal gesehen, wie jemand geteilt hat, das muss man sich unbedingt angucken, weil da war eine Person, die war für 37 Minuten oder länger, kürzer, ich weiß es nicht ganz genau, in der Hölle, wirklich in der Hölle, keine Vision oder so, sondern in der Hölle, drin, selber. Und dann ist sie jetzt wieder zurückgekommen aus der Hölle und berichtet darüber zu den Leuten. Aber in meiner Bibel finde ich das nicht, dass diejenigen, die in der Hölle sind, die kommen nicht mehr raus, um zu evangelisieren. Und auch in der Geschichte vom armen Lazarus und so weiter, da sehe ich nirgends, der Reiche hat ja darum gebeten, lass mich raus, damit ich zu meinem Verwandten und so weiter reden kann. Nein, das gibt es nicht. Aber die Person wird das, ich habe mir es nicht angeschaut, ich habe nur den Headline gelesen, die Person wird das wahrscheinlich so darstellen, so lebhaft darstellen und die wird das auch darstellen mit ihrem Verständnis, wo sie aufgewachsen ist. Wenn die Person in einem westlichen Kulturkreis aufgewachsen ist, dann werden einige Höllenvorstellungen, die da so umherkursieren in der Tradition, die werden dann mit erwähnt werden und dann ein paar Sachen bestimmt auch noch aus der Bibel, weil der Teufel ist ja ein Experte in halber Wahrheit und so weiter und werden die Leute dann verführen. Und jemand, wie gesagt, der sich mit dem Wort Gottes nicht beschäftigt, fällt darauf rein. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir den Willen Gottes wissen wollen, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Das gehört einfach mit dazu. Das ist ganz wichtig. Ich springe gerade mal runter zu Vers 14, da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes oder sie sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knächtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen aber lieber Vater. Dann heißt es auch, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. So, was wir auch hier wiederum sehen ist, dass wenn der Geist Gottes in uns ist, dann hat der Geist Gottes die Möglichkeit uns zu treiben und uns irgendwo hinzubringen. Nur in der Anfangszeit ist es etwas, das du vielleicht nicht gleich verstehst. Ist es der Geist Gottes oder ist es etwas anderes? Weil auch der Teufel ist ein Experte in Imitation. Der kann Verhalten nachimitieren und Eindrücke nachimitieren und da kann es manchmal schwer sein, das zu unterscheiden. Und da kommen wir zu dem anderen Punkt, der erwähnt worden ist, ich muss wegen der Zeit ein bisschen schauen, und zwar du hast einen Hirten bekommen in der Gemeinde oder Hirten, aber in unserem Fall bin ich nicht der Einzige, wir haben auch noch unseren Bischof da, der ebenfalls mit da drauf schaut und auch ebenfalls ein geistliches Gespür hat und die Erfahrung hat, aufgrund der vielen, vielen Jahre und das ist ein Schutz, den wir haben, den wir in der Gemeinde generell haben. Wenn dann Dinge sind und du denkst, das ist der Geist Gottes, der dich dazu treibt, und du weißt nicht, wie du das sonst prüfen kannst, dann geh selbstverständlich ins Gebet, aber dann komm auch ruhig zu mir zum Beispiel, komm ruhig zu deinem Pastor, in unserer Gemeinde ist es halt mal bei mir hier, oder auch zu meinem Vater, der ist auch noch da, der kann auch den Rat geben, aber kein hier ausspielen versuchen, wie früher, so, ich gehe erst zum Papa, danach gehe ich zur Mama und gucke mal mal, was mir besser gefällt und so weiter. Das wird dann irgendwann rauskommen und der Herr wird es vielleicht schneller zeigen, als zu ihr das lieb ist. Aber ihr wisst, was ich meine, es ist für euch zusätzlich nochmals ein Schutz, der da ist, um das zu erkennen, weil wenn der Herr die Gemeinde dem Hirten zur Obhut gegeben hat, dann wird auch der Herr dem Hirten Dinge zeigen, die das Leben der einzelnen Personen betrifft, dass er ihnen hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist nicht immer das, was einem dann vielleicht gefällt, ich weiß, aber ja, schlussendlich, wenn wir gehorsam sind dazu, wird der Herr dahinter stehen und alles wird auch gut werden. Ja, gibt es eine Sekunde, dass das Mikrofon drauf ist, dann hören es alle erstens und es ist einfacher. Danke. Geht's. Das ist schon lange Zeit her, da war mal eine Begebenheit bei mir an der Kasse bei Netto und zwar, da war ein Mann, der hat seine Bibel vergessen und er war Mormone und ich weiß nicht, wie jemand von meinen Kollegen hat die Bibel in meinen Spind rein und ich habe gewusst, dass ich im Herrn bin und gedacht, naja, Schwester oder Frau Louis, die liest die. Ja, und jetzt hole ich die Bibel aus meinem Spindle, leg sie nebenhin und habe sie da liegen lassen. Ich habe gewusst, wem die Bibel gehört und irgendwann kam der Mann an die Kasse und dann bin ich aus der Kasse raus, habe meine Kollegin gefragt, ob sie mich vertritt, sie ist dann in ihr Kasse rein, dann bin ich hoch und habe die Bibel geholt und gab sie dem Mann. Auf einmal, als der die Bibel in der Hand gehabt hat und ging, fängt der Teufel mich an so anzuklagen, was hast du jetzt gemacht, du hast dem die Bibel gegeben, das ist eine Mormonenbibel und du bist, glaubst an die apostolische Wahrheit, wenn der verloren geht, habe ich du schuld, der hat mich so manipuliert an der Kasse, ich war fix und fertig, konnte mich nicht mehr konzentrieren, aufs Kassierbein, in dem Moment kam mein Mann, Bruder Luis, und da habe ich ihm das gesagt, geh schnell heim und ruf Pastor Weih an und sagt ihm die Geschichte, der soll mir sagen, was jetzt zu tun ist, er ist dann heim, hat sofort Pastor Weih angekommen, vielleicht weiß er das gar nicht mehr, und dann Pastor Weih hat dann zu meinem Mann gesagt, er kam dann, sag deiner Frau, sie hat es richtig gemacht, ihm war ja die Bibel und mir soll das ja auch zurückgeben und wenn er wieder kommt, dann soll sie ich habe gewusst es war die Antwort vom Herrn weil ich war total verzweifelt und dann ich habe mich wieder gefreut und konnte schön weiter kassieren er hatte Pastor war die Antwort vom Herrn gekriegt das macht der Herr ja und nochmal kurz ja dann mit Mikrofon am besten dass man es hört gut wir hatten damals das war vor über 40 Jahren eine ganze Gruppe Männer die den Heiligen Geist so zur selben Zeit empfangen haben in der Gemeinde und wir waren so eifrig wir sind während der Woche immer auf die Straßen haben Zeugnis gegeben haben Traktate verteilt vom Herrn geredet und so weiter und aber irgendwie wenn du mal da angefangen hast willst du immer mehr machen und so haben wir uns überlegt was wir noch alles machen können für den Herrn und auf einmal als wir im Gebetsraum waren kam Bruder Gilbert Spanischer Metzger war er und hat gesagt ich habe gehört vom Herrn haben wir gesagt ja was hat er denn gesagt hat er gesagt ich habe gebetet dass der Herr mir die Hölle zeigt damit ich noch eifriger werde haben wir gesagt ja und da hat er gesagt ja der Herr hat mir geantwortet hat soll ich nicht für Sudinger bete bete dass der Herr dir den Himmel zeigt weil das was da unten abläuft will du gar nicht sehen ja so das ist nur vorweg damit du nicht anfangen zu beten er zeigt mir die Hölle ich will ein guter Zeuge sein ja und da siehst du das ist diese gute Intention die manche haben weil sie denken das ist fleischiges Denken wenn ich sehe diesen Schrecken dann kann ich effektiver sein und so weiter aber der Herr hat vielleicht was ganz anderes vor für dich in deinem Leben dass du das gar nicht siehst um effektiv sein zu können und das sind manchmal Dinge die junge Christen noch nicht so verstehen ist es jetzt wirklich ein Wunsch der von dem Herrn gewirkt ist oder ist es der eigene Stolz ich mache mal ich mache mal ein persönliches Beispiel was mich mal betroffen hatte ist eine Weile her aber egal das ist mal was persönliches und zwar das war nicht im Gebet oder das war am Ende des Gebets vielleicht so rum es war gerade fertig und war noch da so gesessen und du denkst halt manchmal noch so drüber nach was du so gebetet hast und was es so ging und ich habe über verschiedene Sachen nachgedacht ich glaube ich habe über verschiedene Konferenzen damals in Amerika und so weiter nachgedacht und dann kommt so ein Gedanke auf einmal ja irgendwann irgendwann wird der Herr dich auch benutzen dass du auch dort mal predigst dass du auch mal dort auf den Konferenzen predigst und dann auf einmal ich war dann so drin und dachte ja und und dann auf einmal wie eine fast schon wie eine Art Vision also wie so ein Tagtraum wie man das halt so kennt auf einmal habe ich mich so hinein gleiten lassen von dem Ganzen und habe mich dann so gesehen ja beim Predigen und preis den Herrn Menschen reagieren darauf preisen den Herrn werden erfüllt mit dem Heiligen Geist nicht nur ich habe noch nicht dafür für die jetzt gebetet sondern andere haben mitgebetet aber die Predigt die war so gut die war so toll die war so effektiv und hat die Menschen so erreicht und ich habe es da noch nicht gemerkt sondern es war irgendwie so das hat so ein gutes Gefühl ausgelöst für das Fleisch sind es gute Gefühle weil erfolgreich super und dann habe ich weiter weiter mich reingesteigert oder reinsteigern lassen in diesen Gedanken das ist das Letzte was ich heute sage versprochen dann hör mal auf habe ich mich so weiter hineinfangen lassen und dann kamen dann so Dinge und dann stell dir vor wenn dann jemand plötzlich kommt eine Person die ist die ist besessen von einem Dämon und was war es denn in meinem Fall eine Frau glaube ich war das noch ja eine Frau die dann besessen ist und die 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 Leute beten für sie und die schreien und machen und tun und alles wie wir das als manchmal kennen von denen und es passiert nicht und dann geht es weiter dann kommt auch noch Fantasie und Sachen mit dazu die der Teufel auch benutzt und die entwickelt durch die Dämonen eine solche Kräfte die Leute können die gar nicht halten und so weiter und und dass ich dass ich zu dieser Frau hingegangen bin und die wollte wollte mich angreifen konnte es aber nicht und 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 dabei kommen die Gedanken und während das alles geschieht sehen das die anderen sehen das bestimmte Pastoren bestimmte Evangelisten ich will nicht sagen wer in meiner Fantasie und so weiter und die sehen das dann auch und die sehen wie der Herr dich wunderbar benutzt kraftvoll in diesem Dienst und ich bin dann in diesem Tagtraum sozusagen bin ich dort hingegangen und und hab dann ohne großes Tam Tam einfach Jesus Namen schweig und verstumme und so weiter und hab dann mit der bin dann zu der Person hingegangen und hab sie gefragt will sie frei werden will sie dem Herrn dienen und so weiter und hab dem Dämon befohlen es soll ruhig sein ich will es von ihr hören und so lauter zu sagen also es ist richtig ausgearbeitet ausgemalt alles und sie hat dann gesagt sie will frei werden und so weiter und dann einfach dafür gebetet und dann kam der nächste und siehst du du musstest gar nicht mal so eine riesen show und diesen alles machen weil der Herr dich so stark benutzt hat das will der Herr doch für dich tun und ich hab gemerkt wie mir das gefallen hat und als das so und das ging dann noch weiter und dann irgendwann hat es mal gemacht und er sagt stolz hallo und ich sag okay also es ist es ist zwar schön es ist der Wille Gottes dass sein Wort gepredigt wird es ist der Wille Gottes dass viele Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und zum Herrn kommen und so weiter es ist auch der Wille Gottes dass Besessene ausgetrieben werden aber was ist das Motiv es gefällt mir das dann auf einmal und hab ich dann den Gedanken jetzt sehen das auch die anderen Pastoren und so weiter und erkennen dass der Herr auch mit mir ist das ist ganz ganz falsche Motive und das siehst du Fleisch das ist fleischliche Verlangen das ist das ist das ist von von Satan das ist ja Luzifers Gedankengut ich will auch was sein ich will auch zu den Großen gehören und so weiter und das am Anfang habe ich es so einlullen lassen und das kann passieren auch mit Menschen die neu im Herrn sind die dann sich dann vorstellen wie es ist wenn sie dann für Kranke beten und die werden gesund toll der Herr hat mir einen Dienst gegeben und so weiter das sind so das sind nur feine Nuancen natürlich beten wir für Leute die krank werden wir wollen dass sie gesund werden aber der Herr wird dich nicht benutzen um deinen Dienst zu profilieren und Fokus auf dich zu richten sondern der Herr wird dich benutzen damit er verherrlicht wird und am besten ist es immer so dass du bei solchen Dingen überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit von anderen Leuten bekommst sondern dass das einfach passiert und dass da keiner sagen kann das war wegen wir und deshalb finde ich auch gut auch wenn sie vielleicht nicht immer jedes Mal umsetzen lässt ich verstehe das schon aber wenn Leute ein spezielles Gebet haben wollen wegen einer Krankheit oder wegen einer Sucht oder sonst sowas dann hat mein Vater dieses Prinzip auch gelehrt und gesagt dann ist es gut zum Beispiel wenn wir zu zweit für die Person beten weil dann kann dieser Gedanke erstmal in einem selber und vor allen Dingen auch nicht in einer anderen Person kommen weil er jetzt für mich gebetet hat da gehe ich hin und das ist die Gefahr von vielen Leuten deswegen rennen sie irgendwelchen Propheten hinterher irgendwelchen Heiler hinterher oder ich kriege eine E-Mail hatte ich auch schon bekommen ja die Schwester Pastorin sowieso irgendeinen Namen da habe ich in meinem Kopf die kommt jetzt auch nach Deutschland und da werde ich endlich befreit von den Dämonen die mich so klar plagen und von dieser Person hatte ich schon früher Wochen früher eine E-Mail bekommen ob wir Befreiungsdienst machen und die Leute befreien und austreiben und Dämonen und er hätte das schon etlicher gemacht bei anderen Leuten und so weiter und das siehst du das ist jemand der nach so etwas sucht und der rennt dann zu diesen Prophetinnen Propheten Aposteln und wie sie sich alle nennen wollen und Glaubensheiler und keine Ahnung rennt zu diesen Leuten weil sie das haben wollen und denken die sind es und die selbst sind so verführt von dem Geist dieser Welt und jedes Mal wenn etwas passiert dann fühlen sie sich validiert und gerechtfertigt und das bewacht auch der Teufel der Teufel wird dann auch von Leuten mal ausfahren und so weiter für eine kurze Zeit und diese Person die diesen Dienst hat denkt dann ja alles richtig und wird weiter weiter verführt und genießt das Ganze und es ist schlussendlich Stolz der auch dahinter steckt oft bei den allermeisten und so das wir sind bei weitem noch nicht fertig mit diesem Thema ich weiß ich habe mich ein bisschen ableiten lassen aber damit meine ich dass wenn solche Ideen und Gedanken kommen ist es gut dann zu deinem Pastor zu gehen und mal darüber zu reden weil manchmal ist es eine Sache die im Kern gut ist und notwendig ist aber vielleicht bist du von der geistlichen Reife noch nicht bereit dazu das zu tun und das braucht ein anderer Zeitpunkt und ein anderer Reifegrad und dann kann es sein dass sie in der Pastor sagen ich denke das machen wir noch nicht wir warten wie kann er nur und dies und jenes all das hatten wir auch schon gehabt aber ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen weil ich habe gesagt ich höre jetzt hier auf so danke fürs Zuhören lasst uns noch dem Herrn danken und demnächst machen wir dann vielleicht hier gerade weiter was solls kriegen wir hin preis den Herrn Halleluja Jesus danke Herr für alles Herr